So, wir sind fit am Sennlängerplatz und wir gehen jetzt runter auf die U-Bahn, auf die Uhr 6. Da müssen wir, glaube ich, jetzt schon zum Marienplatz. Schöner Zug. Und dann können wir quasi auch laufen. So muss man auch bei uns. So, wir sind jetzt am Marienplatz und das ist jetzt der Ausgang vom Marienhof. Ich gucke manchmal an, ob ich von da aus zum Vorpreis komme. Da kann man was essen und danach kann man noch ein bisschen Essbein fahren, wie ihr wollt. Der Engelscher Garten, der ist dann auch von der Zeit, wir können es machen müssen aber. Das ist aber nicht. So aufregend ist mir das ein bisschen gar nicht. Ach, denn das könnte ich ganz offen machen auf Menschen. Und das ist das, was ich mache. Und das ist besser getrainiert, bin ich immer vor. Im Nachverkehr vom Menschen. So, der Soul-Boy-Haus hat geschafft. Und jetzt schauen wir, ob wir zurück zum Marienplatz kommen. Beziehungsweise, wie wir jetzt durch den Hauptbahnhof kommen. Es ist schon nicht zu weit, aber ja, eine Stunde haben wir noch. Jetzt wird es vom Zug müssen. Ich habe fünf Jahre später.